Sechs Jahre, bin alt gewesen, da habe ich die zwei Glauben schon rauf und gesehen. Jetzt seien wir schon im Elend drin. Und du bist schuld. Du musst halt tun, wie es mich treibt. Wenn es wieder so wäre, müsst ihr wieder so tun. Gegen mein Inwendig kann ich halt nicht.